Irgendwie, ich habe mir dieses Sommersprossenzeug geholt. Irgendwie habe ich Lust mir Sommersprossen zu malen. Ich habe das nur heute Morgen auf meinem Tisch liegen sehen und ich war so... Irgendwie habe ich Bock mir gleich einen Stream Sommersprossen zu malen. Das würde süß aussehen. Ich bin nicht geschminkt. Ich habe nur Lippenstift von gestern und Reste, die habe ich nicht abbekommen. Irgendwie habe ich Lust. Lass uns ein paar Sommersprossen malen. Ich schaffe es unter den Augen, nicht müde auszusehen. Ich habe sehr viel Licht, was mir meine Augen... Wenn ich so mache, sieht man meine Augenringe. Aber das Licht, das ich aufgebaut habe, ist sehr vorteilhaft, weil man ein Mensch mit krassen Augenringe ist, weil das Licht macht einfach das weg. Photoshop kann viel machen. Aber Licht, Digga. Das schätzt man so hart. Ohne Wiss, habe ich so Bock auf neue Projekte und Horizonte habe. Ja, Alter, ich verstehe das voll krass. Ich bin auch so... Ich bin einfach so, ich sage, boah, krass. Ich habe voll Bock, einfach wieder von vorne zu starten, wisst ihr? So, fast fertig. So, jetzt habe ich süße Sommersprossen.